Seit Jahren schon wird die Welt Zeuge einer verzerrten Wirklichkeit, manipulierter Fakten und verborgener Wahrheiten. Aber hinter all dem steckt viel mehr, als je irgendjemand vermuten würde, denn noch niemand war bisher in der Lage, den großen Zusammenhang zu erkennen. Bis jetzt. Mulder? Gedenken Sie der Vergangenheit. Genießen Sie die Gegenwart. Denn die Wahrheit kommt. Wirklichkeit. Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020